Musik 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 La 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 la... Menschen, wo bist du? Du gehst schluss, dann gehst du zu! Clown Menschen, wo bist du? Ich hab den Traum, der bist du. Die uns sehen müssen, das ist doch Sonnentag. Dann gibst du mir ein bisschen und schon sind wir ein Paar. Da und wegschön, wo bist du? Schatten, Traum und dir bist du. Da und wegschön, wo bist du? Du bist schön, dann hör du zu. Da und wegschön, wo bist du? Schatten, Traum und dir bist du. Da und wegschön, wo bist du? Du bist schön, dann gibst du mir ein bisschen und schon sind wir ein Paar. Da und wegschön, wo bist du? Schatten, Traum und dir bist du. Da und wegschön, wo bist du? Ein Seil, was mir immer so ist. Da und wegschön, wo bist du? Ein Seil, was mir immer so ist. Mit dir in meine Sonne ist so glücklich. Da und wegschön, wo bist du? Schatten, wo bist du? Ich habe nicht gesehen mit allen Klingen. Doch mal ist meine Lücher nicht in mir. Was weiß ich, weil ich mein Gesichter hatte, wo ist? Die Manische ist leer. Das sieht viel aus. Die Musik stummt. Die Luft ist laut, die dritt ist mehr ein Klapp. Die Manische ist leer. Das Licht geht ab. Die Musik stummt. Die Luft ist laut, die dritt ist mehr ein Klapp. Ja, liebes Publikum, das waren unsere Klaus-Mädchen, die Möhne der Möhne-Gesellschaft. Vielen, vielen Dank. Ja, das waren Sie jedes Jahr mit einem tollen Tanz dabei. Tolle Kostüme. Vielen Dank, liebe Möhnen, für diesen tollen Klaustanz. Und ich darf sie euch auch gerne vorstellen. Beginnen wir vorneweg mit der Vorsitzenden und Sitzungspräsidentin der Christel Krupp. Die Bettina Bartelschack, die Helene Degen, die Laura Degen, die Jana Vorisch, die Sabine Groß, die Isa Hans, die Monika Link, die Sandra Loth, die Male Schäfer und die Carmen Weiler. Natürlich nicht zu vergessen und auch nicht zu übersehen, das Solomarie der Möhnen, die Anna Maria Weiler. Bei deinen Übungen müsste der Elferrat auch zuschauen. Ich denke, da haben wir Verständnis auch für die Möhnen. Bis auf Einzelne, die würden sich das gleich noch trauen. Aber jetzt erstmal für euch den Orden der Session. Dreht euch bitte um, die Anna Maria hat eben auch bekommen. Ist ohne Orden, das geht nicht. Ja. Da werden Sie ganz nervös, die Kollegen. Noch Orden. Noch drei Orden. Ihr könnt ja einfach küssen. Oh, Orden. Ist alles gut. Oh, wir brauchen Orden. Ihr dürft ja gerne noch mal küssen, auch wenn ich schon den Orden habe. Hey, sag mal der Fritte-Boot, Männer. Bisschen mehr Stil bei den Damen. Eintrainiert wurden die Möhnen von der Maren Maas. Kommen wir bitte auch nach vorne. Und der Anna Maria Weiler. Und von... Es ist ein schönes Blümchen als Dank für die Trainer. Weint ihr denn wissen, wie schwierig das manchmal ist? Ja, bei euch nicht. Ihr seid ja hochmotiviert, super elastisch und hochbegabt. Und auf die Möhnen und auf ihren tollen Glanz-Tanz noch einmal ein dreifach kräftiges... Zissi-Knatsch! Ja! Knatsch! Ja! Knatsch! Ja! Möhnentag. Was ist denn an Möhnentag? Möhnentag. An Möhnentag ist Möhnentag, weil man die Möhnen mag. Also, die hängen in der Zissi an dem Mittwoch. Ja, ja, unter 23, ja. So, da geht die Möhnen durchs Dorf und sammeln auch kräftig in ihre Döschen. Und anschließend... Ja, Sammelgefäß, ne? Also, einem Reinen ist nichts rein. Ja, also, in ihren Sammelgefäß sammeln sie etwas Geld. Und anschließend hier, tolles Programm, Möhne-Sitzung. Und ab Christen 19 Uhr... 19 Uhr dürfen die Herren dann auch dazukommen. Genau. 15 Uhr 11, ein Damenprogramm. 19 Uhr dürfen dann die Herren dazu. Also, herzliche Einladung, wer noch keine Karten hat, die gibt es bestimmt noch zu erwerben. Ganz wenige bei der Volksbank, wer noch... Oder bei der Kreisbarkasse. Ja, vielleicht... Ja, ja gut, vielleicht gibt es ja noch bei der Kreisbarkasse, ne? Man weiß es ja nicht, ne? Die Volksbank ist ja nicht da. Also, vielen, vielen Dank für euren Tanz. Und wir sagen einfach, so ohne Zugabe und Ausmarsch kommt ihr ja hier nicht einfach raus. Einen Orden zu viel, vor lauter Knutschereine, für dein Solo. Okay. Also, Zugabe unserer Möhnen und Clownsmädchen. Musik bitte. Musik bitte. Bis zum nächsten Mal. I like no woman, woman, I like no woman, woman, I like no woman, woman. Yes! Und noch einmal auf unserer Möde, der Möden-Gesellschaft, bei 3.000 Platz! Platz! Platz!